Jeder von euch hat irgendwas in seinem Leben, wo er vor 2, 3, 4, 5 Jahren besser gemacht hat und sich dann denkt, warum soll ich überhaupt jetzt dahin gehen und überhaupt irgendwas tun, weil ich konnte es früher mal besser und das ist jetzt hier, lebe ich im Schatten meiner selbst. Scheiß drauf, denkt nicht dran und geht hin und macht es. Es wird euch helfen, weil was ist die Konsequenz ansonsten, dass ihr da bleibt und nichts tut, weil ihr mal besser wart darin und ich habe selber in diesem Irrglauben gelebt. Deswegen, bitte tut mir eingefallen, wenn ihr diese Art von Denken bei euch selbst beobachtet, durchbrecht sie, hört auf euch das selbst zu sagen, hört auf euch selbst niederzumachen und geht hin und egal wie klein es ist, keiner wird lachen darüber.